So Freunde von Schmecken muss es, hier ist wieder euer Franke. Jetzt muss ich euch in einem mini mini Kurzclip von wirklich wenigen in Anführungszeichen Sekunden dann doch das Ergebnis der leckeren Schweinerei mal präsentieren. Die Ländchen wie in den aktuell drei Teilen zubereitet worden sind, habt ihr ja nachschauen können oder könnt ihr nachschauen. Aber heute ist der Tag der Tage, jetzt haben wir uns mal das erste geschnappt. Die Reifung haben wir so grobe Woche noch im kühlen Keller nach dem Räuchern reifen lassen. Und ich kann nur sagen, das Ergebnis spricht für sich. Hier der Anschnitt von einem Teilstück und an sich schön dünn mit dem Messer jetzt aktuell aufgeschnitten. Das werden wir uns jetzt gleich schmecken lassen. Ich kann es echt nur nochmal sagen, das ist salopp gesagt die einfachste Art und Weise an so ein lecker kalt geräuchertes Stück Schweinefleisch zu kommen. Die Zubereitung habe ich ja ausführlich erklärt in den drei Schritten. Was ich ja gleich sagen will, vorab in Zukunft werde ich diese zerstückelten Clips, Part 1, 2, 3, 4 und so weiter etwas in längere Videos in der Gesamtphase vereinen. Da habe ich jetzt endlich mal das Know-how mir zugelegt und dann wird das Ganze auch noch runter. In diesem Sinne, bleibt gesund, probiert es aus. Zeit müssten wir jetzt genug haben, wir sind ja weggesperrt. Und wie gesagt, ich kann nur sagen, lecker, lecker, lecker. Macht es gut, bis dahin. Ciao.